Hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute wollen wir uns das Tennyson-Gambit mal anschauen. Was ist das? Das ist nach E4, D5, die skandinavische Verteidigung, aber wenn weiß jetzt mit Springer F3 quasi diesen Bauern hier auf E4 opfert. Das ist das sogenannte Tennyson-Gambit. Kann natürlich auch über ersten Springer F3 und dann D5 und dann E4. Das geht natürlich auch. Kommen wir auf die gleiche Stellung. Und ja, ein Bauer ist ein Bauer. Grundsätzlich wollen wir den annehmen mit Schwarz. Jetzt gibt es natürlich irgendeine Idee, muss weiß ja haben, warum er einen Bauern opfert. Und seine Idee ist natürlich grundsätzlich irgendwie schnell die Figuren rausbringen. Entweder mit dem Läufer hierhin oder gleich nach D3. schnelle Figurenentwicklung und uns irgendwie dazu bringen, vielleicht irgendwie an diesem Bauern zu kleben und dadurch uns passiv hinzustellen. Und genau. Ein Beispiel mal, was passieren könnte, ist, wenn wir jetzt anfangen mit Springer F6, was ja per se noch nicht schlecht ist, aber nach D3 sollten wir spätestens hier nicht an unser Material kleben und diesen Bauern schlagen und damit die Entwicklung des Weißen beschleunigen, dann treten natürlich taktische Sachen auf, die unnötig sind. Diese Opfer, die kennen wir schon aus meinem anderen Video zum Beispiel. Genau. Also deswegen versuchen wir, mit Schwarz einen Weg zu finden, wie wir hier, wenn wir hier überrascht werden von diesem Gambit, nach Springer G5, wie reagieren wir da am besten drauf? Farben eben weg. Und ja, ich habe mich das mal ein bisschen angeguckt und ich würde hier diesen Zug G5 hier spielen. Der hat einfach die Idee, ich greife mit der Dame jetzt den Springer an, zum einen. Ich setze einfach einen Bauern ins Zentrum. Das ist sehr gut. Ich klammer nicht am Material, sondern ich sorge dafür, dass ich meine Läuferdiagonalen frei bekomme, dass ich meine Figuren sinnvoll und natürlich weiterentwickeln kann. Das ist das Entscheidende. So, jetzt schauen wir mal. Der Springer ist angegriffen und hat ja in der Tat gar nicht so viele Optionen. Und die natürlichste aussehende Option wäre, Springer schlägt E4. Die gucken wir uns an. Dann gibt es noch den zweiten, den H2-H4, um den Springer einfach zu decken. Das gucken wir uns an. Und den etwas überraschenden D2-D4. Wobei, ja, ganz überraschend natürlich auch nicht. Einfach um mit diesem Läufer, nach D4 jetzt hier zum Beispiel, um mit diesem Läufer den Springer gedeckt zu halten. Das sind so die Hauptzüge eigentlich, die hier vorkommen. Wenn Weiß hier D2-D3 spielt, wird die Stellung relativ häufig in Positionen und Strukturen übergehen, die nach Springer schlägt E4 entstehen. Gut, schauen wir uns, womit fangen wir an? Wir fangen mit dem Natürlichsten an, mit Springer E4. Weiß hat seinen Bauern zurückgewonnen, okay. Aber wir sehen, dass wir haben einen Bauern im Zentrum stehen und Weiß nicht. Das ist gut. Auch dieser Springer E4 selber könnte ja mal eine Zielscheibe werden, um, ja, für unsere Aktionen, für unseren Läufer, für unseren Bauern, um diesen Springer weiter zu vertreiben und noch mehr Raumgewinn im Zentrum zu erzielen. Und, ja, das ist auch einer der Hauptzüge und vielleicht sogar der Hauptzug überhaupt, richtig, genau, diesen Springer jetzt wieder anzugreifen. Der Springer hat natürlich nur begrenzte Auswahl, weil er nicht nach vorne kann, wegen dem Läufer. Und er möchte jetzt auch nicht unbedingt nach C3 hier zurückgehen, weil er seinem eigenen Springer dann im Wege stünde. Also bleibt fast nur G3. Und, ja, durch diesen Zug F7, F5 müssen wir natürlich immer beachten, dass diese Diagonale hier jetzt etwas angeschwächt wurde. Dass die Dame hier vielleicht mal irgendwas drohen könnte. Okay. Und deswegen sollte der Zug Springer F6 zumindest logisch und nachvollziehbar sein, dass wir den Damenausfall nach H5 damit komplett und endgültig verhindern. Und nicht nur das Feld H5, wir haben hier auch ein Auge auf das Feld E4. Und das ist insofern wichtig, kommen wir nämlich im nächsten Zug zu. Ja, weiß muss jetzt hier irgendwie irgendwas entwickeln. Und der natürlichste aussehende Zug ist immer dieser Läufer nach C4 zu spielen, um auf dieser Diagonale zu stellen. Wir können hier nicht mehr kurz rauchieren jetzt. Wir kriegen unseren Läufer hier nicht mehr raus. Von daher, dieser Läufer auf C4 steht sicherlich soweit gut. Aber wir haben hier eine starke Fortsetzung, nämlich F5, F4. Und jetzt sehen wir, jetzt greifen wir den Springer schon wieder an. Der Springer kann nicht ins Zentrum zurück. Nach E4, weil unser Springer F6 das kontrolliert. Und wir machen das Feld F5 frei für unseren Läufer potenziell, damit der ein anderes Feld zum Entwickeln hat. Von daher alles sehr gut. Geht jetzt der Springer jetzt in irgendeiner Form irgendwie zurück, das ist natürlich sehr, sehr passiv. Und weiß kommt nicht so hochhade. Und das ist auch nicht das, was weiß ja eigentlich wollte mit einem Gambit. Weiß wollte ja aktiv spielen und selber Drohungen aufstellen. Und da hinten so passiv rumzustehen, macht natürlich nicht viel Sinn. Und deswegen ist Springer H5 sicherlich der nachvollziehbarere Zug. Ja, und das ist natürlich, wenn man überrascht wird von so einem Gambit, ist es natürlich immer schwierig, damit zurechtzukommen. Das ist ganz klar. Aber, wenn wir einfach diesen nächsten zwei Zügen folgen, haben wir auf jeden Fall eine, wir haben jetzt schon eine sehr, sehr angenehme spielbare Stellung. Und nach dem Zug Springer G4. Den müssen wir uns einfach nochmal merken. Ja, damit verhindern wir den Abtausch des Springers hier und damit wieder potenziell hier irgendwelche Schachgebote. Der Springer auf H5 ist jetzt so ein bisschen, ja, so einsam verstandet da oben. Hat keine Felder mehr, wo er hin kann, wo er zurückkommt. Und der Springer G4 selber hat ja auch noch die Option, entweder Richtung F2 in Verbindung mit Läufer C5 zu gucken, oder er hat noch eine andere Idee. Und zwar, wenn wir jetzt selber hier vertrieben werden, bevor wir zu Läufer C5 kommen zum Beispiel, dann ist unser Hauptzug hier Gama H4. Und jetzt drohen wir auf F2 Schachmatt. Wir drohen auf H5 diesen Springer einfach zu gewinnen. Und, ja, dieser Bauer hier ist natürlich auch gefesselt. Sprich, der Turm da unten wäre dann weg. Sodass, ja, Weiß ein großes Problem hat. Er könnte jetzt rauchieren. Und dann würden wir den Springer schlagen. Und wenn Weiß jetzt auf die Idee käme, diesen Springer zurückzuschlagen würde, das uns wieder helfen bei der Entwicklung. Wir sehen, wir greifen die Dame an. Wir haben hier unseren Bauern auf E5, aber auch zentral schön gedeckt. Grundsätzlich wollen wir gleich mit Springer C6 und Lange Rochade sehr, sehr schnell unseren König in Sicherheit bringen. Und es fällt natürlich auf, dass Weiß im Grunde noch nichts entwickelt hat oder noch nicht wirklich viel. Und dass er jetzt, er sollte Dame E1 spielen. Denn so ein Zug wie F2, F3 schwächt natürlich ganz extrem die Läuferdiagonale, die wir hier mit diesem Schach super aussetzen können. Und dann würde hier schon der Turm wieder fallen. Das kann natürlich auch nicht im Sinn des Erfinders für Weiß sein. Und deswegen Dame E1 und dann einfach Springer C6 mit der Idee Lange Rochade. Und dann stehen wir einfach mit unserem König in Sicherheit, während der weiße König so ein bisschen gefährdet steht. Nur als Beispiel, wenn der mit D3 spielt, haben wir die Zusatzoption, auch noch 4, F3 zu spielen, um den weißen König hier so ein bisschen, nur als Beispiel, wenn der jetzt hier G3 spielen würde, könnten wir uns das Feld G2 freikämpfen und versuchen hier Matze setzen. Und allgemein, ja, F3 jetzt den König aufreißen auf den weißen Feldern, das ist super unangenehm sicherlich. Und ja, Weiß ist ganz weit voll entfernt, einen Angriff zu starten. Ja, ja, die Variante wäre einfach richtig, richtig gut für Schwarz und das mit einfachsten Mitteln, dass wir erst E5 spielen und dann den Springer vertreiben und Springer F6 die Figuren rausbringen. Und im Grunde müssen wir uns hier nur den Zug F4 und Springer G4, das müssen wir uns merken. Der Rest ergibt sich von alleine. Stehen wir immer gut. Jetzt müssen wir schauen, wenn das zu guten Stellungen für Schwarz führt, was kann Weiß sonst noch machen? Schauen wir uns den Zug H2, H4 an. Deckt den Springer. Sieht natürlich so ein bisschen aus, als wenn der Bauer auf H4 die kurze Ochade von Weiß so ein bisschen, naja, einschränkt. Ja, die Möglichkeiten der kurzen Ochade. So, zunächst aber machen wir ein ganz wichtiges Motiv, nämlich, dass der Weiße und das ist immer ein etwas, was wir ein bisschen beachten müssen, was kann der Gegner drohen und Gegenspiel verhindern. Das ist natürlich auch immer wichtig. Und wenn der Läufer jetzt von F1 nach C4 kommt und dann hier anfängt auf F7 Drohungen aufzustellen, wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist es hier erstmal wichtig, den Springer zu vertreiben, bevor der Läufer da auf C4 steht. Und der Springer wird hier auf E4 schlagen. Jetzt müssen wir natürlich ganz kurz gucken, das kennt man ja aus dem Internet, irgendwelche wilden Opfer, ob das hier irgendwie ansatzweise funktioniert. Den schlagen wir natürlich und Weiß hat zwei Möglichkeiten, mit der Dame hier Schach zu geben oder mit dem Läufer hier Schach zu geben. Schauen wir uns beide an. Wenn der Läufer hier Schach gibt, gehen wir einfach nach G6 und wir gehen mit unserem König nach H7 und dann sind wir in Sicherheit. Da kann überhaupt nichts passieren. Mal die Dame von Weiß nicht hier auf diese Diagonale kommt. Da wir hier jetzt mit Springer F6 diesen Bauen einfach decken, Figuren entwickeln und dann einfach den König zurückziehen und wir haben ja eine Figur mehr. Weiß hat keinen Angriff. Das klappt also nicht so wirklich und auch Läufer C4 Schach gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Genau, den hatten wir. Der geht nicht und Dame H vom Schach nach G6 Schach und Dame E5. Jetzt ist er ein weiterer Bauer. Aber Springer F6 und jetzt haben wir einfach den Vorteil, wir decken unseren E4. Wir können auf das Läufer Schach jetzt hier einfach nach G7 gehen und dann bekommen wir jede Menge Tempi für unsere Entwicklung auf die schwarze Dame zurück. Und Springer C6, Läufer D6, so Geschichten. Und unser König ist ja relativ in Sicherheit, und von daher auch das, also dieses Opfer kann man in Bullet-Partien vielleicht spielen, aber sinnvoll ist es natürlich nicht. Und ja, deswegen nimmt Weiß hier im Regelfall mit dem Springer auf E4. Und ja, jetzt schauen wir mal. wie gesagt, der Läufer, der Läufer hier, das ist ja immer die einzigste Figur, wenn die hier auf C4 steht, auf dieser Diagonale, das wollen wir irgendwie ansatzweise verhindern, damit, ja, damit keine taktischen Drohungen entstehen können. Deswegen spielen wir im Regelfall unseren Läufer immer selber nach E6, wenn wir es können. Und ja, jetzt kommt einfach keine weiße Figur mehr irgendwie Richtung Richtung unserem König. Wir haben das Zentrum so gut kontrolliert, dass so Züge wie D2, D4 schon nicht mehr gehen. Und wenn wir es normale Entwicklungszüge machen, das können wir ja auch. Und das Feld D4 weiter unter Kontrolle nehmen und vor allem die lange Rochade hier vorbereiten. Und dann haben wir ja immer noch so Züge wie F5 gleich wieder, das kennen wir von eben, F5, Springer, F6. Dann stehen wir einfach, obwohl wir das Glambeet nicht kannten, wir haben es solide natürlich weiterentwickelt, stehen mit unserem König nicht in Gefahr. Mehr können wir ja erstmal nicht aus der Öffnung rausholen. Und nach D3, A6 können wir hier mit F5 anfangen. Wir sehen, das sind ganz natürliche Züge, die wir hier machen. Und weiß versucht jetzt hier irgendwie durch diese Fesslung natürlich nochmal irgendwie einen Druck drauf zu machen. Aber selbst das ist gar nicht so dramatisch. Wir können hier lange Rochade machen, denn ich orientiere mich natürlich auch immer an so Leitsätzen wie in einer natürlichen und gesunden Stellung. Da stecken auch gesunde Ressourcen. Wenn weiß jetzt hier anfängt, diesen Bauern zu schlagen, gibt er erstens das Läuferpaar ab, was grundsätzlich gut ist. Der weiße König steht ja noch voll in der Mitte. Der EG2 würde eventuell mal hängen. die E-Linie geht offen und mit Springer G4 können wir Tempo auf die Dame gewinnen und dann mit Läufer C5 den F2 angreifen und Turm HE8 spielen und dann haben wir zwar in Gamm mitgespielt, aber das ist selbst von der Stellung her immer noch so natürlich und gar kein Risiko in dem Sinne. Unser König ist in Sicherheit, der weiße König steht in der Bedrohung. Von daher die Chancen, die praktischen Chancen liegen hier sicherlich bei Schwarz. Deswegen ist der Zug H2 H4 auch nicht unbedingt geeignet, um in Vorteil zu kommen. Gut, ist das ganze System übrigens nicht. Das basiert eher auf den Überraschungseffekt und darauf, dass wenn Schwarz am Material klammert. Aber wir schauen noch mal, wenn hier so ein Dumbit kommt wie D2 D4 was ja auch den Läufer hier den Springer deckt und die Idee ist eventuell mit der Dame rauszugehen und nach H5 zum Beispiel wir können hier mit der Dame auf D4 schlagen, denn wir wollen ja grundsätzlich die Dame tauschen. Wir haben dann irgendwie einen bis zwei Mehrbauern, wahrscheinlich einen und ohne Damen ist der dynamische Faktor natürlich viel geringer für Weiß. Deswegen eigentlich will Weiß die Dame hier nicht tauschen. Würde zum Beispiel Dame H5 spielen. Aber wir werden dieses Matt natürlich ab und ja Weiß wird seinen Bauern auf E4 wohl wieder zurückbekommen aber das interessiert uns ja auch gar nicht. Wir werden ja nicht klammern hier an diesem Bauern sondern wir werden die Figuren Entwicklung vorantreiben. Ich bin jetzt sexy, Figuren raus, der Springer schlägt, wir vertreiben den Springer wieder, das kennen wir schon und stellen unseren Läufer auf diese schöne Diagonale mit der Langenrochrate und dann können wir die Figuren rausbringen. Ja, dann haben wir doch keine Öffnungsprobleme zumindest. Der Überraschungsfaktor den Weiß aufbauen wollte ist hier komplett verpufft. Und genau, deswegen Dame H5 funktioniert nicht so richtig wirklich. Wir schauen mal, wenn Weiß versucht mit Springer D2 die Dame gar nicht zu tauschen, dann haben wir den schönen Zug E4 E3 können diesen Mehrbauern sogar nochmal nutzen, um auf D2 den Springer anzugreifen, auf F2 zu schlagen und im Grunde kann Weiß hier nur den Springer Zug von D nach E4 machen, wenn er zum Beispiel hier auf E3 Schlügel von Dame schlägt E3 und der Springer auf G5 ist einfach und nach Springer D E4 können wir natürlich problemlos die Dame tauschen jetzt haben wir einen Mehrbauern Dame ist getauscht keine dynamischen Faktoren mehr in der Stellung drin wir treiben den Springer zurück und stellen unseren Läufer wieder auf diese Diagonale und machen mit Springer C6 Langrochade Läufer C5 die natürlichsten Züge der Welt sodass hier überhaupt nichts passieren kann und ja deswegen nach D4 ist nach Dame D4 ist auch nicht viel Holz zu holen zumal das Endspiel wenn Weiß wirklich hier den Damentausch machen würde und versucht jetzt mit Läufer C4 zu spielen müssen wir mit Springer H6 diesen Bauern decken Weiß bekommt einen Bauern zurück okay aber wir haben immer noch einen Bauern mehr und vor allem haben wir die Dame getauscht sprich die dynamischen Möglichkeiten dass unser König hier in Gefahr gerät eher geringer wir machen mit Springer F5 einfach natürliche Züge dass wir den Springer mal vom Rand weg holen den Bauern decken und Figuren entwickeln und auch Läufer E7 und wir sehen natürlich muss man ein bisschen Schach spielen man sollte nicht nicht allzu viel einstellen wie immer aber rein aus öffnung theoretischer Sicht und aus pragmatischer Sicht vor allem schwarz nicht zu befürchten weiß hat hier keine forcierten Opfer oder sonst wie Überraschungsmomente die uns in Verlegenheit bringen können ja das ist der Aufbau den ich gegen also der Zug mit E7 E5 den ich gegen dieses Tennis in Gambit spiele und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben habe ich vielleicht eine Variante ausgelassen übersehen gibt es eine gefährliche Variante für weiß dann schreibt mir die gerne bereit mir das anzugucken und ich lerne ja auch lerne von und ansonsten denke ich sollten wir da keine große Angst vor vor diesem Tennis in Gambit ja in dem sinne sage ich besten Dank fürs zuschauen lasst wir immer ein like da wenn ihr mögt dann sehen wir ein mit da o o o o o o o e a o o Vielen Dank.